100 lustige Pornotitel in 100 Sekunden, 3, 2, 1, los! West Ventura, Bud Detective, So Harry It's Scary, A Wet Dream on Elm Street, Phil Jill, Schwänzel und Gretel, Für eine Handvoll Sperma, Reich mit den Stängel, du Bengel, Edward mit den Pimmelhänden, Lass die Enkel zwischen die Schenkel, Spiel mir das Lied am Klieb, Analdin und die Wunderschlampe, Gaywatch, die Riesenschwänze von Malibu, Ben's Hure, Vier Fäuste in Julius, Sauerei auf der Bounty, Octopussy, Der Rosettenkasper, Fickfete für den Fotzenfigaro, Robin Foot im Fotzenforce, Analgen Kowalski, Die Arschfick Polonaise, Alarm im Darm, Die Reise zum G-Punkt der Elke, Die versauten Fantasien des Dr. M. Leif Otze, Bananen Fick in Mosambik, Aufschloss Bums, Klappern die Nüsse, Analritter 2, Heute wird eingedost, Affentanz im Negerarsch, Analstufe Rot, Analstufe Rot 2, Hobokok, Oma fickt mich ins Koma, Mobi Fick, nicht gucken, schlucken, ohne Bockschein darf kein Bock rein, Star Wars, Periode 2, Tag der Abspritzung, Stoßtrupp Venus bläst zum Angriff, Sonderschicht im Schacht Anal, Petri Geil, Anglerurlaub am Analsee, wenn's im Arschloch dreimal knallt, Spritzgebäck vom Fickolaus, Sklave Pupsmuckel und der geile Meister Leder, Alfred Fickstock, Die Vögeln, Alienwörter, Annalpiraten, Hart, Backbord, Ficky und die starken Männer, Flummi und die Saga des Gummischwanzes, Die Schwanzwaldklinik, Bundesjungfernspiele, Darmstadt, hier findet der Verkehr im Darm statt, Rex Dildo, Arschalarm auf der Akropolis, Sexpiraten, hier wird nicht nur in See gestochen, SpongeBob Arschkopf, Sündbart, Der Seepfarrer, The Gay After Tomorrow, In einem Loch vor unserer Zeit, Titanic, Indiana Jones, Scheidi unter Einöli, Das Wunder von Bernd, Dicker geht's nicht mehr, Pornowache, Kommando Arschgeil auf Rosettenrazzia, Anal Geddon, Auf dem Highway sind die Schlampen los, Inzestbauern vom Rammlerhof, Kompanie Huren 2, Trommelfeuer aus der Sackkanone, Die Prinzessin auf der Eichel, Alice im Ständerland, Aus heiterem Pimmel, Baldwin und die Nutten von San Tropez, Black Cock Down, Blair Witch Project, Bonnie and Clyde, Britt Jones, Sperma zum Frühstück, Rosettenpolka, Operation Pimpermilch, Rosis rasierte Rentnerrosette, Ariel, die nicht mehr Jungfrau, Das Besteigen der Lämmer, Biene Maja 5, Jetzt kommt der Honig, Der Sexorzist, Es riecht nach Pippi im Takatoka-Land.